Ich kann da nicht unten durch. Ich bin so tot. Okay, muss ich hier was machen? Aha, aha, aha. Zubehör. Da ist er. Lass mich raus. Denn er kommt. Kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Wieder rein, wieder rein. Er hat mich nicht gesehen, Baby. Er hat mich nicht gesehen. Ich denke, er bewegt sich noch nicht. Aha, aha, aha. Na gut, jetzt kann ich nicht in die Richtung. So, wo muss ich denn hin? Ja, hier. Na gut. Schlüsselkarte brauche ich aber. Steht hier irgendwo mein Auftrag? Ähm, nein, so nicht. Wie kann ich denn meinen Auftrag sehen? Ähm. Äh. Hey, was ist denn? Aha. Gut. Ja. Die Schlüsselkarte soll ich finden. Würde ich gerne machen, Leute. Echt jetzt. Und Spaß. Kein Witz. Würde ich gerne machen, aber... Wo suchen? Ich trau mich ja nicht mal raus. Ich geh jetzt raus. Wurst. Ich hab gespeichert, wurst. Habe ich Angst? Schlüsselkarte hier. No, never. Tja, ist mir wurscht, Baby. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Das war laut. Ich bin dämlich. Ich war laut. Tja, schnieke, Baby, schnieke. Wo ist die Schlüsselkarte? Das ist die Frage... ...die wir uns stellen müssen. Ich denke, du hast eine Schlüsselkarte, oder? ...deine Schlüsselkarte... ...zu suchen... ...zuchen. Hier war ich noch nicht drin. Oh ja, von hier bin ich ja vor... Oh, laflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflaflafla? So ist gut. Easy. Easy, bro. Easy. Er ist wieder oben. Ah, Mann, ich hasse das Elien-Ding da. Das Spiel ist gut, hey, das Spiel ist gut. Das ist richtig gut. Na gut, das kommt von hier nicht runter. Das heißt, ich habe eine Chance, eine Geringe zu überleben. War ich hier schon? Leute, ich brauche die Schlüsselkarte. Das kann es jetzt nicht sein, dass ich die nicht finde. Und wenn die in demselben Raum war, wo ich gerade eben vorher war, also wo ich gespeichert habe, dann... ...hade ich aber böse. Da ist nichts. Ah, da liegt doch irgendwas. Oh, er kommt. Da kann doch hier nichts runter, oder? Ne, das kann ich nicht nehmen. Ey, ich verstecke mich mal kurz. Komm schon! Ah, easy, bro, easy, bro. No, no, I have a problem, baby. Ich habe kein Problem damit. Ich mach das. Sneaker, Baby. Ich dachte, er wäre hier bei mir. Schlüsselkarte, hi. Oh, wo bist du? Wo ist die verkackte Schlüsselkarte? Oh, Bro, Bro, Bro. Warum habe ich solche Angst? Schafft mich niemals, der Typ da. Kann er kommen, wenn er will. Aha, dann komm doch, wenn du willst. Wenn du denkst, du hast es drauf, dann komm doch, Baby. Der kommt nicht mehr. Der kommt nicht. Kackalaka, wo ist die verdammte Schlüsselkarte? Aber der ist ja auch verdammt schnell. Echt jetzt, ich hab hier richtige Probleme. Ich hab keine Angst vor dir. Ich hab keine Angst. So. Ich brauch eine verkackte Schlüsselkarte. Ist hier irgendwo eine Schlüsselkarte und ich hab sie einfach nur übersehen. Gut, das ist gut zum Verstecken. Oh, 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 oh. Okay, mal runter da. Runter, 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 runter. Das ist echt kackversteckt. Okay, okay. Keine Bewegung. Okay, das. Okay. Alter. 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 Was soll das? San Cristobal Krankenstation empfiehlt Siegson Krankenversicherung. Fürsorge und Ferngabe der Heimat. Der ist da. Wo ist die verkackte Schlüsselkarte? Was hab ich überhaupt hier gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, aber warte. 2505. Oh, warte mal, das ist der Code. Aber brauche ich nicht noch die Karte? Ah, dann lag ich mich doch mal kurz verstecken. Sneaky, sneaky, Baby. Leider, ich denke nicht, dass wir es heute weit schaffen. Okay. Ich kack mich in die Hose. Der ist genau hier. Easy, wow. Nope. Wieder rein. Keine Lust zu sterben heute. Aber ich sehe ihn nicht mehr auf dem Ding. Okay, er zieht weiter. Okay, warte kurz, warte 2505, korrekt. Korrekt. Hier ist die Schlüsselkarte. Nimm sie dir. Nimm sie. Und wir speichern wieder. Sagen wir uns. Bin schon unterwegs. Wetten der Brüll jetzt echt ins Mikro. Also in die Ding. Fuck, ich bin zu laut. Ich denke, ich bin zu laut. Ich weiß nicht. Ich denke halt, ich vermute mal. Ich vermute mal, ich werde zu laut. Los, ich hab sie. Okay. 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 Oh, Schakalaka, ich muss weg. Ich hab gespeichert, Leute. Falls mir was passieren sollte. Du hast alles in einem Eimer sammiert. Oh, Lock. Oh, Kacke. Versteck mich nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Schnell, schnell, schnell. Versteck dich hier. Versteck dich hier drunter. Geh doch durch. Ja, gut. Alter. Oh, warte mal. Ich registriere Bewegungen. Ich, ich... Oh, ich hab zu viel Schieß. Jaja, jetzt kommen die Bewegungen wieder überall. Der kommt jetzt. Jetzt kommt der. Definitiv kommt der jetzt. Ich hoffe, ihr seht es da unten nicht leuchten. Hier ist die Tür offen. Er ist ja noch hier irgendwo oben. Also, da oben irgendwo. Aber wenn der jetzt genau in diesem Raum ist, dann ist es blöd. Aber ich registriere auch dort. Hier, blablabla. Ich registriere. Okay, das Gerät ist defekt. Was muss ich denn machen? Hallo? Ist das mein Patient, den ich durchsuchen muss? Hey, komm. Suchen. Mein Spaßmann kommt noch nicht. Da war doch was. Bin ich blöde? Da stand doch. Oh, verdammt nochmal. Hey, was war da? Was war da? Oh ja, hier. Was wollen jetzt die von mir, hey? Sorry, Leute. Ich hab wohl Halluzinationen. Ja, ich bin eine Halluzination. Eine Frau mit irgendeinem Gerät in der Hand. Ich sag dir. Ich hab nicht gespeichert. Wo wäre denn das gewesen? Tja, da muss ich eh dran vorbei. Okay, das Alien ist dort hinten und die kommen jetzt da. Die gehen jetzt. Zuteil. Es kommt doch keiner rein zu mir. Hey, gehen die da auf und ab? Was ist da los? Oh, nao. So, wie muss ich uns vorhanden? Gut, was da hinter mir abgeht, ist mir auch relativ gut. Das Problem ist auch, was da vor mir abgeht. Guck mal so entlang. Ja, komm, Beeilung, Beeilung. Also mit dem Ding mach ich's mir echt einfach. Wollen wir wohl speichern? Noch nicht hier, gut. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Alles ist gut, wir sind die besten Freunde. Wir sind die besten Freunde forever, baby. Oh Gott, ich möchte speichern. Wo speichern? Oh Gott, ich... Der Empfang ist Sperrgebiet. Ich kann nicht näher rangehen. Das ist der einzige Weg. Ripley, das ist ein Krankenhaus. Evakuierungsverfahren müssen eingeleitet werden. Leck mich doch hier, Leute. Ich hab nicht gespeichert. Das ist Alien. Verdammt nun mal. Wenn du mich jetzt gesehen hast. Ich schwöre, ich werde wütend. Weißt du, was du dann kannst, Alter? Ich bin verstärkt. Ich bin verstärkt. No, 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 baby. No, no, no. Verpiss dich doch. Oh, du bist dumm. Du bist dumm. Nö, kann ich nicht. Ich könnte jeder sehen, hey. Okay, ich glaube, er macht Nachgang. Schlieke. Verdammt nun mal, hey. Siehst du die anderen nicht? Die anderen nicht rausgeschmissen haben. Oh. Also echt jetzt? Wieso lässt du ihm so herumlaufen und mich nicht? Ich bin ziemlich schnell zum Altenraum. Ich hab nicht gespeichert. Ich muss speichern. Komm, 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 geh da rein. Ich drück schon X. Ich halte X. Verdammt noch mal. Aha. Oh, baby. Ich kann nicht mehr. Hey, Leute, ich kann nicht mehr. Das macht mich kaputt. Oh, geht weiter rein. Ich halte X. Ich halte X. Komm schon. Das dauert mir zu lange immer. Ist die Tür jetzt aufgegangen? Oh, Mann. Du verdammte Sau, du. Warum weißt du, wo ich bin? Verdammt. Ich hab nicht gespeichert. Oh, Leute. Ist egal. Ist egal. Nein. Ich mach heute nicht mehr weiter. Ich sag danke fürs Zuschauen. Warum die mich gesehen haben. Keine Ahnung. Gesehen in den Blinden. Die Typen nicht. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Haut rein. Tschüss.